Hallo, sehr geehrte Zuschauer. Schön, dass ihr eigentlich schon im Sitz habt. Und heute habe ich einen PoE-Adapter für das hier. Falls ein Switch würde kein PoE ausführen, dann gibt es hier solcher Adapter. Kabel. Hier habe ich gestern repariert, habe hier neue Stecker hier eingemacht. Sieht wie neu aus. Da steckt man hier rein. Wo ist ein PoE? Muss man kurz mal die Kamera ablegen. So. Da steckt man hier einmal rein. So. Hier ist ja noch nie fertig. Jetzt kommen lang. Das kommt jetzt zur Switch. So. Hier haben wir ein Switch, der überhaupt kein PoE gekannt. Dann mach ich mal. Das ist schwer mit einer Hand jetzt. Oh Mann ey. Oh, jetzt habe ich drin. Und habe ich über Internet. So. Jetzt habe ich wieder Internet. Das WLAN jetzt. Das kommt jetzt. Das WLAN kommt jetzt von dem Unify. Das ist jetzt von dem PoE-Adapter. Und dann kein PoE-Switch. Ja, das ist ein Unify-WLAN-AP-AC-Pro. So. Und der hat ja mit zwei LAN-Anschluss. Ich bin ja zufrieden damit. Der macht ja schon gutes WLAN. Ja. Und das nächste kommt ja auch noch ein Unify. Kommt in andere Zimmer dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Technik-Time. Wenn ihr euch unterstützen wollt. Könnt ihr machen einen Support. Ja. Link unter der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen dazu habt. Zu den Unify-AP-AC-Pro oder zu den Unify-Switch. könnt ihr unter die Kommentare dann schreiben. Ciao. Bis zum nächsten Mal.